Ich bin dankbar für alle, die Flagge zeigen. Zitat Hendrik Wüst zu den Demos gegen die demokratische Opposition. Hendrik Wüst ist also dankbar. Doch wofür die Fakten? AfDler töten. Mit diesem Motto marschierte der extremistische Antifa-Mob in Aachen. Herr Wüst ist also dankbar. Dankbar dafür, AfDler zu töten? Im Ernst? Herr Wüst, ich erwarte, dass Sie sich hier jetzt hinstellen und das unmissverständlich verurteilen. Stehen Sie endlich zu Ihren Fehlern? In Münster lehnt es das Jugendbündnis gegen Antisemitismus ab, dort zu sprechen, weil dort laufend antijüdische Parolen fallen. Und Herr Wüst ist dankbar? Wofür eigentlich, Herr Wüst? Ich will Ihnen was sagen. Mordaufrufe, Judenfeinde, CDU-Hasser und Antidemokraten, das sind die Objekte Ihrer Dankbarkeit. Das sind die Bündnispartner der Wüst-CDU. Sein Lieblingskoalitionspartner, die Grünen von Ricarda Lang.